So, hier ist der Tod, 66 gegen Krieg. Das ist Daxalers 2. So, halt. Bossfight, halt. Daxalers 2. So, man kämpft als Tod. Der ist ja der Held. Quasi. Hier ist Kämpfer gegen ihn vom ersten Teil. Krieg heißt der. Der Held vom ersten Teil. Ja, gut. Erstmal direkt hier. Erster Gegner hier. Die hat eben beim ersten Teil gegen ihn gekämpft. Oder gegen ihn mit ihm am Spieler gespielt. Ja, ich war noch als Krieg, war man früher halt im ersten Teil. So, da musste man, konnte mal die Shiko-Igeo geben für Hullo-Lord. Dann hat man quasi vom Tod die Dänzen gekriegt. War direkt aufgepowert halt. So, als Trick halt. Einzigste Sheet den gab. Ja. Habe ich schon geguckt, ey, ihr für, für, für jeden Teil. Aber geht mit ja gar nicht hier in den Teil, sondern im ersten Teil. Ja, ohne egal, so. Ja, ich habe hier einen Kossenprozess schnell mit ihm gemacht. Das heißt, Kotzenprozess. Kotzen. Kotzen, Kotzen. 咁. Die Knotzen. Na ja, werd ihn mal anrufen, ja. Hä? App'nneine Aufnahmen. So. So. Ja, da. Ja, hab ich den Frenker auch, das ist ja wahr. So, das war mal. Ist mir egal, gib mal eine Aufnahme. In zwei Wochen, in einer Woche, in ein paar Tagen kommt die Sirene. Die Sirene ist ein bisschen was auf. Ja, das war tatsächlich zwei Erwachsenheiten.